Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Die Binding of I think Repentance. Heute geht es rein. Ich habe mir schon was überlegt, beziehungsweise ich habe schon was gemacht, wie ihr gerade gesehen habt, aber musste ich abbrechen aus Gründen. Lief schlecht. Genau, danke. Ja, genau, deswegen. Hmm, deswegen machen wir das mal heute ohne nicht den Keeper. Alter, Vater. Ich kann auch mal den Kontrollsaber machen. So, wollen wir mal schauen. Putz, putz, putz. Komm doch her, du Loser. Von dir habe ich keine Angst. Nicht doll. Das ist eine merkwürdige Ebene, finde ich. Das war unnötig. Alter, was ist das für eine merkwürdige Ebene? Bin ich der Einzige, der das hier komisch findet? Ausgezeichnet. Genau deswegen bin ich hier. La boom. So, dann lass uns noch eben in den Shop gehen. Und schauen, ob da irgendwas ist, was wir mitnehmen können. Nö. Nichts Relevantes. So, 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 so. Ihr denkt euch jetzt, was? Der will den Champion-Belt nicht mitnehmen. Und sag ich richtig. Find ich nämlich doof. Und wir nehmen dich mit. Und wir nehmen dich mit. Und dann gehen wir zum Boss. Und sag ich guten Tag, Leute. Ihr hier ist ja warm denn. So. Genau. Schön weggehen, Queeps. Genau, ich muss viel, viel schneller sein. Oh mein Gott. Noch. Er hat ja Lucky Foot. Ja. Großartig. 0,4. Nehmen wir mal mit, oder? Und you feel stompy. Das ist gut. Das bist du. Okay, two of clubs. Moin. Hey, 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 hey. Hey. Ja. Oh. Oh. Hätte ich mir eigentlich sparen können, ne? Na ja. Elgis, the devil. Wir nehmen mal Elgis. Ja, mach. Gut. Ach, ich wollte die Karte noch mitnehmen, the devil. Tsk. 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 Oha, ja moin, wie haben wir denn da? Den Wafer. Surprise, surprise, surprise. Das ist so wunderbar, wunderbar. Ne. Fühl dich nicht. Hätte er jetzt erst so Böhmstone gewesen, hätte ich gesagt, ja, kann man melken, aber so nicht. Das tat kurz weh. Miroor, Miroor, Miroor. Geh doch einfach weg. Tschü, 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 tschü. Was? Base of Hearts. So. Warum meine ich nicht? Das ist ganz gut, ne? Glowing Owlgloss. Ba-da-ba-ba-ba-da-du-du. Ja, komm du ruhig. Ist das egal. Schwing, schwing, schwing. Oh, geil. Wurmbrudi. Nee. Ich bin enttäuscht. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, das war stark, das war stark. Komm schon, komm schon, komm schon. Haha. Traurig. Gut. Au. Super, super Angel, super Ähm Gut gemacht, Wurmfreund Ah, oh, ja Mhm, 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 mhm Pow Gut Beziehungsweise Ich hätte ja wohl Das war ja einfach mit mir belebt Klar, ich musste hier gar keine Oh ja, jetzt wo ihr es sagt Sehr gut Gut aufgepasst Smarte Boys and Girls Ich kann hier einfach den hier machen So Zack Zack Und ich hab Bomben Das ist ja super Hier vielleicht Okay Wie sieht's hier aus Verrückt Lauf ich wieder Ja, okay Ich bin hier ein bisschen erstaunt Dass ich ein Angel Deal bekommen habe Na Surprise, surprise So, so, so Nee, das möchte ich nicht Ja Nö 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 So Einmal riseten Ola Da muss ich gar nicht hin Oh Was war das noch? RESTOCK Boxen Okay, alles klar Da kann ich Nee, da muss ich Leider Aber RESTOCK Boxen im Die sind schon Hm Hast du etwa gedacht Du schaffst mich? Haha Falsch gedacht Die Tee Das ist auch ein Scherz, oder? Das hoffe ich aber auch so Gut Erste Knife Piece Is mine Ich hab noch Bomben snaggen können Das ist richtig gut gelaufen Also behaupte ich jetzt einfach mal Nee Das dauert jetzt ein bisschen Aber egal Hier war ich, ne? Ja Hier ist auch nichts Gut, gut, gut So Ach, komm Au Mom, der hat mir weh getan Ich find das echt nicht knorkel Ah, immerhin Könnte gut sein für den nächsten Deal Ich wusste es Vermaledeit Das machen die doch alle extra, oder? Ist es hier? Okay Okay, das sind die Okay, dann, ich kann das, ich kann das Ich kann das, ich kann das So, und jetzt kommt der Vorteil der Aua Ich zeig das einmal Wir können das jetzt einfach den hier machen, wenn da was doofes ist Dann können wir sagen, tschüss Und dann haben wir so, ist das nicht toll? Oh, das ist so toll Nein Komm schon Komm schon Der ist gut Nehmen wir mit Hallo Oh Au Nimmel Au Ach komm Wir gehen direkt rein Iiih Du kleiner Ekel Und Angel Deal Wir haben rein Nimm 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 Hmm. Hmm. Lucky Foot genau. Ach wow. Naja. Das könnte doch gut sein. Nee. War das dumm? Das war extrem... Nee, war okay. Okay, okay, okay. Ich hab nichts gesagt, war gut. Also, war okay. Nee. Jo, jo, jo. Das war richtig schlecht. Das hätte ich mir schenken können. Aber gut. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber wir werden... Oh nein. Ich hab einen kleinen Fehler. Egal. Wir gehen da jetzt rein. Wir zocken. Komm schon. Komm schon. Ja, das war dumm. Ah, das war dumm. Oh ja. Ah. Ja, hast gedacht, ne? Nein. Ich habe dich einfach so kaputt gemacht. Gut. War im Shop was, was ich haben will? Ich glaub nicht. Ich hab mich. Easy. So. Oh ja. 48 hours energy. Okay. Achso. Achso. Na, das war... Na, das war... Na. Oh, ich habe auch eine 16-prozentige Chance einen... Okay. Das ist ja richtig cool. Aber ich mag die... Ich mag die... Bitte gebt mir die Chance mich einmal zu beweisen. Oh nein. Oh nein. So. Oh Gott. Ist doch Chance... Scheiße. Wir machen das so. Nochmal sicher. Wir haben genug Bomben. Kann ich gerade... Nee, gerade nicht. Vielleicht später. Genau dich wollte ich haben. Oh... Danke schön. Oh, danke. Yeah. Nein. hmm Bist du ein bisschen Banane? Du gibst das auf, dafür? Yes. Aber warum? Ja, bleibt ein Geheimnis. Zu, 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 zu. Jo. Nee, noch nicht. Ich hab ein Déjà-vu. Ba, 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 ba. Ding, 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 ding. Ist ja großartig. Ok, da hätte ich jetzt einfach nur warten müssen. Bücherwurm, sehr gut. Machen wir einmal den. Machen wir den. Dann sammeln wir mal Geld. Ja. Dann machen wir hier. Oh. Oh. Da fällt mir was ein. Mhm. Ja, ist egal. Ah. Seet. Na ja. Gut. Dann halt nicht. Dann lass uns mal. Dann lass uns mal. Gut. Hätte ich unten lang laufen können. Pew, 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 Pew. Oh. Ba, Ba, Dooboo, dooboo. der also das war schon ja La da die und la da da Ja So Warte mal hab ich da Oh Da kann ich ja Ja wir machen mal so Will ich die blue Ja Ich möchte die blaue Karte haben So reichen sie mir die Dankeschön Alles mit Alles gut Alles gut Ich bin ein bisschen erstaunt Oh hallo Oh hallo Oh Luna Oh Luna Mach das nie wieder Okay Das ist hier im Büro Nee Hast du etwa gedacht Du kommst damit durch Hallo Hallo Oh Opfer Gut Das war knapp Niemand mag Niemand mag dich Niemand mag dich Niemand mag dich Okay Okay Eigentlich auch ganz funny Voll funny dude Ist das Magician Okay dann mach ich mal den Oh 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 Mieses Stück Sind sie deaktiviert? Natürlich nicht Ich hab mich ja schon Aber so richtig Habe ich alles? Ja Es reicht mir Hallo Hallo Oh Dann würde ich mal sagen Das war aber ganz schön Luck Gut 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 Nope Ach deswegen Habe ich Deswegen kriege ich ab und zu Karten Klar Na klar Weil ja die Meine Umher Schwirrenden Dingen sind Sind ihr von der Karte Ne Ihr wisst was ich meine Ihr wisst es doch Brauche ich euch doch nicht Erklären Wie kriege ich das denn jetzt gut hin? Oh ich hab halbmal mitgenommen Das ist gut Um Me 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 Es me Nochmal Magician. Okay. Die Kreditkarte. Okay. 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 Wie das ausgehen wird. Gib mir Bomben. Das haben sie gut gemacht. Oh Gott. Das war ja knapp. Eine Holy Bibsen. Ein anarchistisches Kochbuch. Juhu, Anarchie. Und Schalüsse. Langweilig. Hm. Hm. Oh, ich hab ne Idee. Ich mach das, ich mach das. Ich hab ne Idee. Ich hab... Ich hoffe, ne Idee. Hier. Gut. Was haben wir hier? Hast gezeichnet. Cooler Raum. Jawoll. Und hier? Cooler Raum. Sehr gut. Ja. Jo. Mhm. Ist doof. Nee. Das brauch ich nun wirklich nicht. Oh, der ist schnell davon gegangen, als ich dachte. Okay. War nicht so, wie ich mir dort vorgestellt hab. So, ich könnte dich mal mitnehmen. Dich mitnehmen. So, so, so. 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 Haben wir noch hier. Show Wing. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt Geld bekommen oder Soul Hearts. Gut. Wir bekommen Soul Hearts. Okay. Okay. Jetzt hat sich alles richtig gut gelohnt. Alles klärchen. Mhm. Das ist ja. Ach so. Ja, klar. Na klar. Wusste ich doch. War nur ein Test. Is das dran? Was ist das denn? Yes. Ja. W-nein. Scheine. Bäh! Ja. Ich bin jetzt da. Oh Hallo gib mir das Das mein Tier ist auch gut Gut Achso Na klar Ist das etwa ein Shotspeed Up Ist ja geradezu bombastisch Geil Gut Der hängende Mann Nein Ja So Let's go Mutti Ich kann mich nicht an Ihr platzen das I Aus den Handgelenken Gut ich hab nie drüber nachgedacht Wo das raus platzen könnte Aber Ja Wo? Amt der Was bist du? Ne Ernsthaft? Oh Gabis Eye Geile Nummer Und würde ich sagen Ist der nächste Charakter fertig Und dann sage ich erst einmal Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Wenn es wieder Die Binding of Ida Repentance Bis dahin Habt eine schöne Zeit Gehabt euch wohl und Ciao 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 Ciao